Anna-Maria Felchichi will zu Uglisweta tragen. Das wird bestimmt ein besonderes Weihnachtsoutfit. Anna-Maria Felchichi, 41, und ihr Mann Bushido, 44, waren am Montag noch Weihnachtsgeschenke-Shopin. Anna-Maria nahm ihre Follower dabei mit und zeigte ihnen, was sie für die Kinder eingekauft hatten. Als alle Geschenke vollständig beschafft waren, erläuterte sie den Plan für die Outfits des Weihnachtsfestes. Dieses Jahr wird sich in der Felchichi-Familie wohl nicht schick gemacht. Anna-Maria, Bushido und ihre acht Kinder werden in diesem Jahr nicht die feinen Kleider aus dem Schrank holen. Also wir haben uns für super hässliche Weihnachtspulis entschieden, erzählte die Brünette schmunzelnd in ihrer Instagram-Story. Ich habe keine Lust auf Schick dieses Jahr, weil wir draußen feiern, klärte sie ihre Follower auf. Der Plan sei wohl, bis spät in die Nacht im Freien zusammenzusitzen, um die Kälte auszuhalten. Müssen dann eben Uglisweta herhalten, für die ganze Familie von groß bis klein. Im vergangenen Jahr hat sich die 41-Jährige wohl weniger Gedanken um ihren Weihnachtslook gemacht. Anna-Marias Drillinge waren zu dem Zeitpunkt frisch zur Welt gekommen und mussten natürlich im weihnachtlichen Kuschellook präsentiert werden.